Ich wurde immer verhindert, solche angenehme Sachen zu machen. Das hätte ich gerne gemacht. Ich meine, angenehme Bilder, sagen wir, Impressionismus oder so. Das hätte ich gerne gemacht, weil es mich auch in eine bessere Stimmung gestellt hätte. Aber es hat mich immer etwas daran verhindert. Das ist wirklich die einzige, die ich gelernt habe von Ihnen, wie ich das mache. Das ist alles. Alles andere, Sie sind immer immer mir gefragt. Wodka? Wodka? So, when you were in the camps or the work situation, were there any girls around? No, 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 we were segregated. Segregated? Maybe that's your problem, you were too segregated. That's why you're not married now. That's correct. I don't know why I'm not married, but that's a different subject.